hallo und willkommen zu einem kleinen special wie einige vielleicht schon gesehen haben hat sich mein kanal hintergrund etwas geändert und das habe ich zu verdanken dem herrn floss von dem ihr hier jetzt auch gerade das speed art seht gleichzeitig möchte ich mich auch bei all meinen abonnementen bedanken und benenne jetzt davon wie versprochen die ersten 50 und dann fangen wir an mit dem funniday 02 im relanjo nickel die niklas cascaya robben 96 19 xx adai xxs basabi 13 79 drohen spiel dino dino 24 burning tortoise lp kott ftv samuel bruning project turbulence wildchild lp bpv fc bayern 121 sippe reiter von rohan numisna 96 fiese farmer rocky mountain am proxie nie des system black dog abendit 14 ever es setz 97 19 93 aktala games make und andere synonyme tom 25 001 semis 16 32 kolo kolonia dudanski meks 668 meks jedoch 686 sikkim flick maspett 79 de bombardin badbrand 11 de birdman 99 44 rabdo 35 taprot 1976 ser eggy letos 65 penguin 74 der lp ecke 56 k 23 k 23 batso 0 9 und ray of war in garben ja vielen dank euch allen mittlerweile sind wir ja schon nahe der 70 bzw 64 und gehen langsam auf die 70 zu und ich möchte mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken dass sie mich alle hier sind die jesse und freue mich, dass euch meine LPs gefallen und werde auch in Zukunft weiterhin LPs machen. Sie werden zwar nicht immer regelmäßig kommen, also nicht jede Woche wird eine weitere Folge kommen, aber ich versuche so oft wie möglich eine zu machen. Immerhin dauert aktuell der Upload bei mir auch pro Video 16 Stunden, was nun mal dann eben Zeit braucht. Ja, damit wie gesagt herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin bei meinen Let's Plays. Und falls ihr Ideen habt oder Vorschläge, was ich mal Let's Playen sollte, dann schreibt mir doch einfach eine PN und das Spiel, von dem ich dann die meisten PNs habe, werde ich dann Let's Playen und mir anschaffen und dann könnte es sogar ein erstes Blind LP von mir geben. Alles Weitere und wie das dann abläuft, werdet ihr dann sehen und ja, vielen Dank nochmal und bis dann und viel Spaß! Tag mit demctoralnen Tag anschauen! Tag mit dem教enemal pass pic! Kaz welcomed mir einfach mit ihm an, und ich kann mich für unsere Lebens Queensboroughannenطtegen sagen. Vielen Dank.